Joa, für uns hat das nur eine Sekunde gedauert, wie lange es für euch dauert, weiß ich noch nicht. Muss ich erstmal gucken. Ja. Ich werde dieses Spiel ganz bestimmt nicht alleine spielen. Ganz bestimmt nicht. Wieso nicht? Ja, wieso nicht? Gute Frage. Weil ist nicht. Beste Begründung einer Frau. Guck mal hier. Äh, nein. No. Du verarscht mich. Ich bin ja leider. Ich bin ja leider. Oh mein Gott, no. Ich will das nicht. Oh, hier ist Licht. Ich liebe Licht. Es war mir schon ersehnt, dass ich Licht richtig toll finde. Ich bin so ein Lichtmensch. Äh, Gott. Also ich werde bestimmt nicht so mit meiner Hand kämpfen. Wir sollen mal aufhören, die Arme zuheben. Davon kriege ich echt... Erstens sehe ich gar nichts, wenn er das tut. Und zweitens sehe ich überhaupt nichts, wenn er das tut. Äh, nee. Also ich sehe genug. Ich nicht, äh... Äh. Spinnchen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hätte gerne ganz viel... Äh, das Ding zoppelt bei mir noch. Iiiiihihi. Äh, was war das? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Tatsächlich, er hat z... Ich glaube, der hat ziel Hilfe drin. Oh Gott. Deine Mutter, Deine Mutter. Ich bin echt nicht skrabbel-fieher-freundlich. Jetzt mal ohne Scheiß. Habe ich irgendwo stehen, wie viel Munition ich habe oder so? Die Pistole hat unendlich schuss. Oh yes. Oh. Thank you. Alles andere wäre es... Alles andere wäre es nachher und in der Mitte sehen. Okay. Werden Sie hier, glaube ich, jetzt auch gleich noch eine Schnupfstücke sehen. Ich bin gerade glücklich. Was? Ich glaube, der nur mit Waffe rum. Ich verzichte auf Nahkampf. Was? Ich weiß schon wieder irgendwas krabbeln. Mach doch mal einen Nahkampfangriff mit ihm, wenn sie nah genug dran sind. Ja, dann reiß ich dem irgendwas weg, bestimmt. Was? Was? Ich muss an den Wänden gucken. Da laufen die Großen rum. Da. Nein, der Mutter. Nein, der Mutter. Jetzt weiß ich nicht, was ich denen zurufen soll. Bestimmt nicht, hallo. Ich wollte die Dinger einsammeln. Da sind ganz große. Was? Wieso kann ich den nicht einsammeln? Gesundheit voll? Eigentlich nicht. Bin ich jetzt irgendwie blöd? Wahrscheinlich. Sag nichts. Gesundheit voll wahrscheinlich. Nichts nur 115 kannst du haben. Okay, aber das, das rüstere. 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 Wie viel Rüstung kann man haben? Das weiß ich jetzt auskommt. Nein! 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 Waffe, wirklich. Die Krabbeln. Oh Gott, wieso tu ich mir das an? Da, da, großes, großes, großes. Oh Gott, großes, großes Strip, bitte, bitte, bitte. Iiii, das bewegt mich noch. Hier, Friendly Fire gibt's nicht? Nein. Okay, gut. Weil, dann hättest du wohl ein Problem. Okay. Gut. Gib's nicht. Probier dir das erstmal mir aus. Na, danke. Ne, ich weiß ja aus der Vergangenheit, dass Friendly Fire jetzt ein bisschen schlecht wäre. Ich würde wahrscheinlich sowieso mit allem, was ich hab drauf... Oh Gott! Oh, Mutti! Ah! Hihi! Was, irgendwas krabbelt hier noch, wenn ich Schöpfe. Ich will gar nicht wissen, was du da ganz Zeit machst, wenn du mal kommst. Ich hör euch krabbeln, ich hör euch krabbeln, aber ich will damit gar nicht umdrehen, um zu wissen, wo ihr seid. So. Oh Gott, ich hör sie alle krabbeln, wo bist du? Da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mami. 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 Schatz. Oh Mami, 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 Mami. Da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum? Oh, du nimmst mir das an. Was können die Schmetterlinge sein? Das ist auch cool. Hier vorne geht's weiter. Wo? Guck mal da runter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich will so weiter, warum. Ich krieg schon wieder Gesundheit. Ah, ich krieg jetzt mehr. Jetzt ging doch noch höher, mal gut. Noch höher sogar. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen her, seit ich das Spiel gespielt habe. Wo bist du jetzt hin? Äh, wir müssen das Handy finden. Wie ich dir gesagt habe, wenn du mich allein lässt, bring ich dich um. Oh Gott. Okay. Oh Gott, nein. Professor, you've got to get us that data. Quinn. It's me. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das war eben lustig. Ja, aber jetzt, oh Gott. Ah. Was ist das? Ich bin lustig. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Gott. Oh, Mami. Ich, ich. Extra live. Extra live. Oh my God, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ich bin dafür nicht gewachsen. Ich bin dafür nicht gewachsen. Oh my God. Oh my God. Ich will zu meiner Mami. Oh my God. Ich werde bestimmt gerade so ausgelacht. Oh my God. 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 Ich vergesse mal auf E zu drücken. Ich vergesse mal auf E zu drücken. Das kennst du schon noch. Sehr schöne Finisher. das auch gott wird gott wo was die ich bin entspannt ich bin entspannt ich bin entspannt ich bin entspannt und egal da kommen wir gleich neu ich bin voll verrückt weiß nicht mehr wo oben und unten wie ihr seht seht ihr schon wieder nichts es kommt nicht irgendwas an da neue Gegner mit Stutzflinte wenn du jetzt mal guckst guck mal her wieso bewegt es sich noch was? bei mir bewegt es sich noch also jetzt nicht mehr aber eben das S ist ein geklunter menschlicher Sodat was ist das für ein Geräusch was ist das für ein Geräusch oh äh da was ist da denn da kommen immer mehr davon ich kann jetzt auch nehmen ein Zielschuss hast du mit der erstmal ich schieße unten äh und unten in der Mittel und mit dich ich bin ich bin so feige ich bin so feige ich bin so feige ich gebe es aber zu ich bin so feige 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 wie gesagt das derenste noch ich bin so feige es scheint die Sonne hier ist kein Monster hier ist gar nichts es ist alles gut ich sterbe nicht und genau ignoriert mich oh Gott ich hab sie nicht gesehen ich hab's gesehen und ich hab's krabbeln hören und okay extra live bei an k wuhuhuhu es sind doch sogar Menschen als Soldaten. Also als feindliche Sohn. Ja... was? Warum büs Licht aus? book Das ist doch schon mal besser als Sprit. Licht auscieben. WuhU Atmen wir nicht ins Ohr beschwert euch nicht, dass ich nichts schwäsche. Das kommt vielleicht noch. Oder auch nicht. Deine Mutter, deine Mutter. Solange sie zumindest sehen, was passiert, ist so alles in Ordnung. Deswegen habe ich den Dector dabei. Damit hier auch überhaupt irgendwas passiert, womit ich nicht schreien im Kreis renne. Welches Spiel war das, wo du eine Viertelstunde im Anfangsraum standest und nicht weitergegangen bist? Das sage ich jetzt lieber nicht. Oh Gott. Stirb. Was? Oh Gott. Atmet mir nicht ins Ohr, ihr Säcke. Und gleich wieder rein rennen. Ich habe ihn noch nicht alles aufgewammelt. Ich hätte gern mein volles Leben. Alter, die machen Geräuschen, als wären die so 50 Kilo schwere... 50.000 Kilo schwere irgendwas. Weißt du, so eine Gorilla ist wie dieser eine da am Anfang, dieser ich-wills-gar-nicht-wissen-Typ. Also, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich laber so verunsichert bin. Da kommen noch so fette Dinge auf dich zu folgen. Jetzt der Kampf gleich wird schön. Nein. Er macht mir jetzt schon Angst. Oh Gott. Ich war an dich extra froh, ja? Das ist schön. Ich werde hoffentlich reichen, wegrennt. Kannst du nicht. Doch. Ich bin laber. Ich bin laber. Ich bin laber. Ich werde schon mit da irgendwas krabbeln. Wo bist du? Ich bin noch drüner. Ja, da bist du verkehrt. Ja, ich habe gerade Sachen eingesammelt. Achso. Ich war noch da dran, mein Leben wieder aufzubroschen. Irgendwie kann ich nur die Kleinen aufsammeln, die großen Dinge aber nicht. Die Kleinen erweitern wahrscheinlich deine Heilung und die Großen waren glaube ich nur zum Aufwinden. Achso. So, in dem Gebiet da vorne, hinter dir, werden wir gleich unseren Spaß haben. Na toll. Und wieso werde ich ganz halt hier das große Krabbeln an mir vorbeirennen? Weil wir nicht alle Gegner hinter uns erledigt haben. Das ist toll. Die Mauern bieten ja ein bisschen Deckung. Die musst du auch nutzen. Darf ich da reinspringen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will sterben. Eigentlich ja nicht. Oh Gott, nicht zu mir. Nicht zu mir, nicht zu mir. Ich lege mir schon auf mich. Denk nicht schon auf mich. Ich bin zu jung, um zu sterben. Und viel zu ängstlich. Angsthasen dürfen sterben. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Zum Glück ist das noch auf leicht. Ja, ist das vielleicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die weg. Ich will den trotzdem nicht so nah bei mir haben. Ich kann ganz Gala galaga! Was? Kannst du eigentlich schnell leben? Oh Gott, was sammert mir jetzt hier von der Seite ans Ohr? Toll! So sterben die nicht! Wieso sterben die nicht? Okay, ich nehm jetzt nicht wieder die Schwupphunk aus meiner armen Schwupphunker. Oh, schon vorbei! Ich wollt noch die Sachen aufsammeln! Okay, dann ist hier jetzt wieder ein Kräuschen angesagt für euch. Bis später! Bye-bye!